Der libysch-tschadische Grenzkrieg bezeichnet eine Reihe von Kampfhandlungen zwischen libyschen und schadischen Streitkräften im Tschad von 1978 bis 1987. Libyen war bereits seit 1969 also schon vor der Machtergreifung von Muammar al-Gaddafi in die schadische Innenpolitik verwickelt, nachdem der schadische Bürgerkrieg 1968 auch den Nordteil des Tschads erfasst hatte. Während des libysch-tschadischen Kriegs intervenierte Libyen viermal im Tschad. Gaddafi wurde hierbei jeweils von einer oder mehreren Fraktionen im tschadischen Bürgerkrieg unterstützt, während die Gegner Unterstützung von Frankreich erhielten, das dreimal militärisch intervenierte, um den Sturz der tschadischen Regierung zu verhindern. Ab 1978 lieferte Libyen seinen tschadischen Verbündeten Waffen, Artillerie und Luftunterstützung, ohne jedoch seine tschadischen Verbündeten auch direkt mit Bodentruppen zu unterstützen. Dieses Schema änderte sich erst 1986, als sich alle tschadischen Fraktionen vereint gegen die Okkupation des nördlichen Schad durch libysche Streitkräfte stellten. Dies beraubte die libyschen Streitkräfte ihrer Infanterie und das gerade zu dem Zeitpunkt, als diese sich mit einer gut ausgerüsteten motorisierten Armee konfrontiert sahen, die über Panzer brechende Waffen- sowie Flugabwehr verfügte und in der Lage war, die überlegene libysche Feuerkraft zu brechen. Dieser Teil des Krieges, in dem die libyschen Streitkräfte besiegt und aus dem Tschad vertrieben wurden, wird auch als Toyota-Krieg bezeichnet. Gaddafis Motiv, im Tschad militärisch einzugreifen, bestand ursprünglich aus dem Vorhaben, den Aosu-Streifen zu annektieren. Gemäß einem nicht ratifizierten Vertrag aus der Kolonialzeit erklärte er diesen nördlichen Grenzstreifen des Tschad zu einem Teil Libyens. Im Jahr 1972 kamen laut dem Historiker Mario Acevedo noch folgende Motive hinzu. Die Erschaffung eines abhängigen Staates in Libyens unterleib eine islamische Republik geformt nach dem Vorbild seiner libyschen Volksrepublik, die eng an Libyen gebunden wäre und seine Kontrolle über den Aosu-Streifen absichern würde. Außerdem die Vertreibung der Franzosen aus dieser Region und die Benutzung des Tschads als eine Basis, um seinen Einfluss auf Zentralafrika auszudehnen. Vorgeschichte Besetzung des Aosu-Streifen Der Beginn der libyschen Einmischung in den Tschad kann auf das Jahr 1968 datiert werden, Als die muslimische National Liberation Front of Chet während des Tschadischen Bürgerkriegs ihren Guerilla-Krieg gegen den christlichen Präsidenten, François Tombalbei auch auf den nördlichen Distrikt der Präfektur Borkau in Edithi Bestie ausweitete, der libysche König Idris I., fühlte sich aufgrund der guten historischen Verbindungen beiderseits der Grenze verpflichtet, die FROLINAT zu unterstützten, um jedoch auch die Beziehungen zu Frankreich der früheren Kolonial- und nunmehrigen Schutzmacht des Tschads nicht zu gefährden. Beschränkte Idris die Unterstützung der FROLINAT darauf, den Rebellen in Libyen unter Schlupf zu gewähren und sie nur mit nicht tödlichen Gütern zu versorgen. All das änderte sich mit dem libyschen Staatsstreich vom 1. September 1969. Der König Idris stürzte und Muammar al-Gaddafi an die Macht brachte. Gaddafi beanspruchte den Aousu-Streifen im nördlichen Schad, basierend auf einem nicht ratifizierten Vertrag der früheren Kolonialmächte Frankreich und Italien. Dieser Anspruch wurde schon früher erhoben, als König Idris 1954 versucht hatte, den Aousu-Streifen zu besetzen, aber von französischen Kolonialkräften zurückgeschlagen worden war. Obwohl er ursprünglich Zweifel bezüglich der FROLINAT hatte, erkannte Gaddafi ab 1970 den Nutzen dieser Organisation für seine Zwecke und begann, mit der Unterstützung des Warschauer Pakts speziell der DDR, die Rebellen auszurüsten, auszubilden und finanziell zu unterstützen. Am 27. August 1971 war Gaddafi bereits verwegen genug einen Staatsstreich gegen den schadischen Präsidenten Tom Balbay zu versuchen, der nur knapp fehlschlug. Vermutlich wurde diese Aktion durch die libysche Furcht vor einer christlich-muslimischen Versöhnung der Bürgerkriegsparteien ausgelöst, da die tschadische Regierung am 24. Juli muslimischen Politikern die Hälfte der Kabinettssitze angeboten hatte. Obwohl diese Entwicklung von der FROLINAT abgelehnt wurde, sah Gaddafi sie als eine Bedrohung für seinen Einfluss im Tschad an. Noch am Tag des fehlgeschlagenen Staatsstreichs brach Tom Balbay alle diplomatischen Kontakte nach Libyen ab, but allen libyschen Oppositionsgruppen unter Schlupf im Tschad an und beanspruchte seinerseits die libysche Provinz Verzahn, gegründet auf angeblichen historischen Rechten. Gaddafi reagierte darauf, indem er am 17. September die FROLINAT als die einzig legitime Regierung des Tschads anerkannte. Im Oktober wiederum trug der tschadische Außenminister Hassan Barber die expansionistischen Ideen Libyens vor die UNO. April 1972 die diplomatischen Beziehungen wieder auf. Kurz danach brach Tom Balbay die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und könnte am 28. November heimlich die Abtretung des AUSU-Streifens an Libyen akzeptiert haben. Gaddafi zahlte im Gegenzug 40 Millionen Pfund an den schadischen Präsidenten. Darüber hinaus unterzeichneten beide Staaten ein Freundschaftsabkommen. Gaddafi entzog der FROLINAT die Unterstützung und zwang deren Anführer Abbasidik, sein Hauptquartier von Tripolis nach Algier zu verlegen. Die guten Beziehungen wurden unterstrichen durch einen Staatsbesuch Gaddafis im März 1974 in der tschadischen Hauptstadt Nitschamena und der Gründung einer gemeinsamen Bank, um den Schad mit Investitionen zu versorgen. Sechs Monate nach der Unterzeichnung des Vertrags im Jahr 1972 zogen libysche Truppen in den AUSU-Streifen ein und errichteten nördlich von AUSU, einen Luftstützpunkt, geschützt durch Bodenluftraketen. Eine zivile Administration mit Sitz in Al-Kufra wurde errichtet und den wenigen tausend Einwohnern des Gebiets die libysche Staatsbürgerschaft verliehen. Auf libyschen Karten wurde fortan der AUSU-Streifen als libysches Gebiet ausgewiesen. Die genauen Bedingungen unter denen Libyen den AUSU-Streifen übernahm sind aber nach wie vor umstritten und unklar. Die Existenz eines geheimen Abkommens zwischen Tom Balbay und Gaddafi wurde 1988 behauptet, als Gaddafi eine angebliche Kopie eines Briefes präsentierte, in dem Tom Balbay die libyschen Ansprüche anerkannte. Entgegen dem haben Gelehrte wie Bernhard Lenn argumentiert, dass es nie ein formales Abkommen gegeben habe und dass es Tom Balbay vorteilhaft gefunden habe, die Okkupation eines Teils seines Landes einfach nicht zu erwähnen. Außerdem konnte Libyen das Original nicht vorweisen, als der Fall der Zugehörigkeit des AUSU-Streifens 1993 vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wurde. Die friedliche Phase währte aber nicht lange, denn am 13. April 1975 wurde Tom Balbay aus dem Amt geputscht und durch General Felix Malum ersetzt. Einer der Gründe für den Putsch war dabei auch Tom Balbay's Appeasement-Politik gegenüber Libyen. Gaddafi sah den Putsch als Bedrohung seines Einflusses im Tschad und nahm daraufhin die Unterstützung der FROLINAT wieder auf. Im April 1976 gab es einen von Gaddafi unterstützten Mordanschlag auf Malum, und im gleichen Jahr begannen auch Vorstöße libyscher Streitkräfte zusammen mit den FROLINAT-Truppen auf zentraltschaddische Gebiete. Die libyschen Aktivitäten führten aber auch zu Konflikten innerhalb der FROLINAT, die sich in der Zwischenzeit in Command Council of Armed Forces of All North umbenannt hatte. Im Oktober 1976 kam es deswegen zur Spaltung in eine antilibische Minderheit unter Hissene Habre, die sich Armed Forces of All North nannte und einer Gaddafi-treuen Mehrheit unter Gukuni-Oydei. Diese Gruppe benannte sich kurz danach um in People's Armed Forces. In diesen Jahren war die Unterstützung durch Gaddafi eher moralischer Art und die Waffenlieferungen begrenzt. Das änderte sich ab dem Februar 1977 als die Libyr Gukunis-Männer mit hunderten AK-47 Sturmgewehren dutzenden Panzerfäusten, 81 und 82 mm Mörsern und rückstoßfreien Kanonen ausrüsteten. Diese Bewaffnung ermöglichte der FAP im Juni die Basen der tschaddischen Armee in Badai und Sua sowie in Unyanga-Kebir anzugreifen. Mit diesen Attacken schaffte Gukunis die vollständige Kontrolle über die Provinz Tibesti zu übernehmen, da Badai sich am 4. Juli ergab und Sua evakuiert wurde. Die FED verlor 300 Männer und große Mengen militärischer Güter fielen in die Hand der Rebellen. Der Angriff auf Hunianga schlug viel, was auch an den dort befindlichen französischen Militärberatern lag. Ebenfalls im Jahr 1977 als klar wurde, dass der AUSU-Streifen von Libyen als Basis benutzt wurde, um noch weiter in den Schad vorzudringen, beschloss General Felix Malum die AUSU-Okkupation als Thema vor die UNO und die OAU zu bringen. Außerdem war Malum klar, dass er weitere Verbündete benötigte, weswegen er im September eine formale Übereinkunft mit Hissene Habre, dem Anführer der antilybischen Splitterfraktion van Abschloss. Diese Übereinkunft wurde bis zum 22. Januar 1978 geheim gehalten, bis man ein formales Grundsatzabkommen unterzeichnete. In weiterer Folge wurde am 29. August 1978 eine Regierung der Nationalen Einheit gegründet, mit Habre als Premierminister. Die Hallum-Habre-Übereinkunft wurde auch aktiv vom Sudan und von Saudi-Arabien unterstützt, da beide einen radikalisierten Schad unter Kontrolle von Gaddafi fürchteten und in Habre als Muslim und glaubwürdigem Antikolonialismus-Kämpfer. Die einzige Möglichkeit sahen, Gaddafis Pläne zu vereiteln. Die Hallum-Habre-Übereinkunft